Der Wecker klingelt um 7 Uhr. Marco steht jeden Morgen um 7 Uhr auf. Zuerst duscht er, dann zieht er sich an. Um halb acht kocht er Wasser und macht Kaffee. Er trinkt seinen Kaffee ohne Zucker, aber mit ein bisschen Milch. Marco frühstückt heute nicht zu Hause. Er kauft sich unterwegs etwas vom Bäcker. Zeitungen liest er auch nicht, denn er hat alle Nachrichten auf dem Handy. Um Viertel vor acht geht er los. Heute fährt er mit der U-Bahn. Die U-Bahn ist immer pünktlich. Er wartet nur zwei Minuten und steigt ein. Marco hat seinen Freund Michael gesehen und geht zu ihm. Marco und Michael arbeiten in der gleichen Firma und sogar in derselben Abteilung. Die Haltestelle ist direkt vor der Firma und sie steigen aus. Marco ist immer pünktlich, aber Michael kommt auch manchmal zu spät. Sie begrüßen alle Kollegen und fangen mit der Arbeit an. Der Wecker klingelt um sieben Uhr. Marco steht jeden Morgen um sieben Uhr auf. Zuerst duscht er, dann zieht er sich an. Um halb acht kocht er Wasser und macht Kaffee. Er trinkt seinen Kaffee ohne Zucker, aber mit ein bisschen Milch. Marco frühstückt heute nicht zu Hause. Er kauft sich unterwegs etwas vom Bäcker. Zeitungen liest er auch nicht, denn er hat alle Nachrichten auf dem Handy. Um viertel vor acht geht er los. Heute fährt er mit der U-Bahn. Die U-Bahn ist immer pünktlich. Er wartet nur zwei Minuten und steigt ein. Marco hat seinen Freund Michael gesehen und geht zu ihm. Marco und Michael arbeiten in der gleichen Firma und sogar in derselben Abteilung. Die Haltestelle ist direkt vor der Firma und sie steigen aus. Marco ist immer pünktlich, aber Michael kommt auch manchmal zu spät. Sie begrüßen alle Kollegen und fangen mit der Arbeit an. Der Wecker klingelt um sieben Uhr. Marco steht jeden Morgen um sieben Uhr auf. Zuerst duscht er, dann zieht er sich an. Um halb acht kocht er Wasser und macht Kaffee. Er trinkt seinen Kaffee ohne Zucker, aber mit ein bisschen Milch. Marco frühstückt heute nicht zu Hause. Er kauft sich unterwegs etwas vom Bäcker. Zeitungen liest er auch nicht, denn er hat alle Nachrichten auf dem Handy. Um viertel vor acht geht er los. Heute fährt er mit der U-Bahn. Die U-Bahn ist immer pünktlich. Er wartet nur zwei Minuten und steigt ein. Marco hat seinen Freund Michael gesehen und geht zu ihm. Marco und Michael arbeiten in der gleichen Firma und sogar in derselben Abteilung. Die Haltestelle ist direkt vor der Firma und sie steigen aus. Marco ist immer pünktlich, aber Michael kommt auch manchmal zu spät. Sie begrüßen alle Kollegen und fangen mit der Arbeit an. Und die Haltestelle ist immer pünktlich, denn er hat die Haltestelle ist immer pünktlich. Vielen Dank.